Ich glaube, was Niklas betrifft, sind wir alle sehr zufrieden. Ich denke, der ganze Verein hat aufgehoben, dass er wieder auf dem Platz steht. Er hat hart gearbeitet, er hat wirklich lange auch gebraucht, bis er wieder zurückgekommen ist. Natürlich auch bedingt durch die Corona-Pausen und so, aber er hat wirklich hart gearbeitet. Auch in der Zeit, wo wir 14 Tage Urlaub hatten, hat er jeden Tag trainiert. Also von daher hat er es mehr als verdient, dass er jetzt wieder auf dem Platz steht. Und ja, von daher bin ich mit ihm oder mit dem Verlauf sehr zufrieden. Muss man schon sagen, ist natürlich, Benji hat auf der Seite einen hervorragenden und herausragenden Job gemacht. Und heute war natürlich die Umstellung mit Thiago, der zuvor natürlich auch verletzt war. Aber man sieht, dass Thiago auch in der freien Zeit hart gearbeitet hat. Gemeinsam mit Leon wirklich auch die Balleroberer waren. Und Joshua hat auf der rechten Seite einfach auch immer wieder Impulse gesetzt nach vorne. In der Defensive hat er seine Seite zugemacht. Also von daher bin ich sehr zufrieden. Micah macht eine sehr gute Entwicklung. Also er hat jetzt auch hier wieder von Anfang an im Training, wie ich auch so trainiert, wie wir das gerne sehen. Auch heute im Spiel, er zeigt sich, er ist spielfreudig und auch wenn er mal ein bisschen Risiko geht, ist absolut in Ordnung. Weil er auch in der Defensive auch den Gegner immer wieder versucht, auch mit unter Druck zu setzen. Das sind die Dinge, die ich von ihm sehen möchte. Und das macht er sehr gut, entwickelt sich hervorragend und alles, was kommt, weiß ich nicht. Also da habe ich noch nichts gehört und ich lese auch letztendlich die ganzen Meldungen, die irgendwie mit Transfer zu tun haben, überhaupt nicht. Weil da jeden Tag irgendwas anders ist. Deswegen bin ich da relativ entspannt.